Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen jetzt heute oder fahren halt eine Runde mit um die 2.0 Unimus Simulator auf der Karte Düsseldorf fiktiv von... Da muss ich mal eben nachschauen. Die ist schon ein bisschen älter. Ich finde die jetzt. Jetzt haben wir schon ein bisschen älter. Ähm... Da steht es nicht. Irgend muss ausstehen. Äh... von 2015. Schon ein bisschen älter. Alle gucken sie mal an, weil morgen ja die... So beziehungsweise heute für euch die Veröffentlichung... Veröffentlichung des Düsseldorf DSC. wie es... Formen sie... Da steht. Und dann gucken wir uns einfach mal jetzt die fiktive Form an. Nö. So... 1506... 115... 115... 115... 11... 5... 0... 1... Linie 75... Ok... Oben wird nichts eingeblendet. Mal mitlegen. Das ist eine kurze Fahrt, ne, ich wollte ja nur ein Stück zeigen, vielleicht steigen da trotzdem die Leute ein, genau, und mit dem, um sie gegen Corona gepaint, da müssen wir jetzt ja alles zu stehen, und die um sie schauen, auf allen Kanälen, die ihr gucken könnt, unterstützt damit eure YouTuber, die ihr so gerne, welche Rufdatei fragen wollen, ähm, ähm, Moment mal, da sie weiß, oh, das ist natürlich schlecht, das wollen wir ja nicht, genau, ich verlinke euch den Download-Flit davon, das ist auch so ein Andersoft-Forum, hat man vorhin noch niemals gesagt, doch, hat man schon, aber vor allem sie eher, also die letzte, man kann es hier sortieren, sortieren nach, erscheinend Stellungsdatum, er lädt, ja, vom 2011, nee, ich hab doch eben gesagt, es war sortieren nach Stellungsdatum, was für ein Mist, 2016 sehe ich hier, oder ist soweit, aber jetzt nicht ganz so aktuell, da liegt da kein Mensch hoch, 2016, 2016, aber wir haben halt mal alte Busse gebucht, die findet man hier auf jeden Fall, oder Adelie Paints, die man so sonst nicht findet, die gibt es hier, die gibt es hier, achte Schubes gibt es ja auch, okay, so, sieben, Solar, und das, Düsseldorf, David, so, jetzt soll das aber klappen, läuft, wo uns reingespawnt hat, und 70, 1, jo, mit Glück haben wir jetzt auch hier die Rufdatei, sieht schon besser aus, bei dem was ja vorher hier, Bus jetzt kaputt, Hallo, oder um sie jetzt kaputt, drehen wir mal ein bisschen an der Uhr, so, okay, verpasst wir drin, warum machen wir, ich hab keine reingemacht, so, okay, verpasst wir drin, warum machen wir, ich hab keine reingemacht, so, anmelden, 1, 5, 0, 6, jetzt geht das Video schon 6 Minuten und wir haben noch erst gemacht, aber die Linie ist auch sehr kurz, im Ort dazu sagen, 1, 1, 5, 0, 1, durch die Linie des Hauses liegen, so, jetzt müssen wir gleich ein bisschen in der Linie des Hauses位置ieren, aber auch unter den K箱 private Meghan schauen damit, schauen wir aufvr oven. Was ist das? Ich bin zu vergesslich. 75. 75. Und das da hin. Warum der Computer es auch nicht hinbekommt. Aber gut. Hallo. an 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 Vielen Dank. Wie gesagt, es ist eine Freewaycard, die auch schon uralt ist. Hier sieht nicht top aus, aber hier unten in Düsseldorf ein bisschen den Vergleich zu haben. Wie gesagt, es ist eine Freewaycard. Ich habe ihn hier angeschoben, nein. Ich habe ihn hier angeschoben. 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 Ich habe hier noch gar keinen Vorplan. Toll. Ich habe ihn hier angeschoben. Ich habe ihn hier angeschoben. So. Ich habe ihn hier angeschoben. Ich habe ihn hier angeschoben. Ich habe ihn angeschoben. Ach ja. Ich habe ihn hier angeschoben. Ich habe ihn angeschoben. mal gucken unmöglich wie sie fahren so haben wir schon mal erst ein Teil geschafft, ne? Nein wir warten und warten und warten immer noch ich habe mich wieder zu verletzen ich habe mich wieder zu verletzen ich habe mich wieder zu verletzen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Morgen. Ich werde dir jetzt heute Abend in Ruhe sein. Ich werde dir morgen... Ich mach leider was anderes. Ich werde dir morgen was anderes sehen. Tschüss. Und bis morgen.